Rettungskräfte und Polizisten nehmen verängstigte Augenzeugen in ihre Obhut. Im US-Bundesstaat Maryland sind am Donnerstag mehrere Menschen erschossen worden. US-Medien zufolge wurden mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt, als eine Frau in einem Logistikzentrum in Perryman das Feuer eröffnete und sich danach selbst erschoss. Das Zentrum liegt rund 50 Kilometer nordöstlich von Baltimore. Ob es sich bei der Angreiferin um eine Mitarbeiterin handelte, blieb zunächst offen.